Der Mac Pro im Tower-Format bietet mit seinen vier Laufwerksschächten bereits viel Speicherplatz. Wer noch mehr Kapazität benötigt, kann mit Hilfe spezieller Adapter wie OWCs Multimount im Käfig für optische Laufwerke noch weitere Festplatten unterbringen. Um nachher genug Platz für den Umbau zu haben, ziehen Sie als erstes die vier Laufwerksschlitten heraus. Dazu muss die Laufwerksarretierung an der Gehäuserückseite, die auch die Seitenwand verriegelt, gelöst sein. Dann ziehen Sie mit sanfter Gewalt auch den Laufwerkskäfig an einer Strebe heraus und lösen die Kabel. Möchten Sie eine einzelne SSD oder HDD am zweiten SATA-Kabel betreiben, das der Mac Pro für optische Laufwerke mitbringt, können Sie die folgenden Schritte überspringen. Wollen Sie hingegen eine PCI-Expresskarte mit SATA 6G-Controller nutzen, stecken Sie diese nun ins Gehäuse und schrauben Sie mit dem Sicherungsblech fest. Entfernen Sie als nächstes das Blech hinter dem Laufwerkskäfig, damit Sie später die SATA-Kabel verlegen können, die 60 cm lang sein müssen. Stecken Sie die Kabel von oben durch die Öffnung hinten links im Gehäuse und verbinden Sie sie mit der Controllerkarte. Sie sollten auf dem vorderen Lüftergehäuse aufliegen. Um sicherzustellen, dass später alles passt, schieben Sie den vordersten Laufwerksschlitten ein, sodass die Kabel straff direkt unter der ersten Festplatte verlaufen. Nun steht der Zusammenbau des Laufwerksträgers auf dem Programm. Befestigen Sie die Adapterschienen wie gezeigt an den Laufwerken. Bei der SSD muss der längere Teil nach vorn zeigen, also von den SATA-Anschlüssen weg. Das fertige Konstrukt schieben Sie nun in den unteren Schacht des Laufwerkskäfigs. Dies ist ein wenig fummelig, Sie müssen dazu die Außenseiten ein wenig nach außen biegen, sanft aber bestimmt nachschieben und dabei darauf achten, die gummigeschützten Abstandshalter nicht zu stark zu verbiegen. Sind die Gewinde und die Schraublöcher ausgerichtet, schrauben Sie das Multimount mit den längeren Schrauben aus dem Lieferumfang fest. Bevor der Gehäusekäfig wieder eingesetzt werden kann, müssen nun die SATA-Kabel im oberen Gehäusebereich so verlegt werden, dass sie durch die Aussparung im Blech geführt werden können. Am besten legen Sie die dünnen SATA-Kabel direkt über die erhöhten Gewinde, den schwarzen Kabelschlauch, darüber. Ziehen Sie dabei so viel von den SATA-Schrippen heraus, wie Sie können. Je mehr Sie zur Verfügung haben, desto einfacher wird es, die Laufwerke nachher anzuschließen. Nun wird das Blech wieder angeschraubt und der Laufwerkskäfig so weit eingeschoben, dass Sie die SATA-Kabel anschließen können. Nutzen Sie die zusätzliche SATA-6G-Controller-Karte, wird es auch hier wieder fummelig. Den Strom für die beiden Laufwerke zweigen Sie mit einem Y-Kabel vom noch freien SATA-Kabel für das zweite optische Laufwerk ab. Vergessen Sie nicht, auch noch das optische Laufwerk wieder anzuschließen. Zum Schluss schieben Sie die restlichen Festplattenschübe wieder ein und fahren den Mac Pro hoch. Hat alles geklappt, werden die neuen Laufwerke nun als externe Medien im Systembericht erkannt. Arbeitsplatte 7 Untertitelung des ZDF, 2020